Grüß Gott, lieber Aufrufer, eine Lichtgeschwindigkeit hier mit einer wunderbaren Musik. Well, I'll fall out to the station with a suitcase in my hand. Well, I'll fall out to the station with a suitcase in my hand. Well, I'll fall in my hand. Sex selbst, das wird hier immer wieder reingeworfen. Ich habe das aufgegriffen und möchte sagen, wir werden das sehen. Indericken, Kinderkicken, Finderficken. Ich habe hier meine tägliche Medienlage wunderbar aufbereitet mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Süddeutsche Zeitung. Damit jetzt mein Format nicht ganz abweicht von der Aufmachung und von der Dauer und so weiter, mache ich also eins nach dem anderen. Ich habe also hier was vorbereitet. Das ist folgendes. So, kann man es sehen. Ja, natürlich, ich habe ja vorher geguckt, ob man es sehen kann. Und jetzt kommt dieses hier. Oh. 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 Ja, jetzt sind die Alphabeten, die immer hier darauf hinweisen, dass sie es ganz seriös meinen, ja. Die Sprache müsse gepflegt werden. Meine Sprache. Ich glaube, es kommt darauf an, dass verstanden wird, was man meint. Dann ist die Sprache in Ordnung. Aber wenn jemand glaubt, mit mir in Rechtschreibstreit eintreten zu müssen, muss er das natürlich machen. Oh. Hier. Ich habe gerade... Jetzt muss man geraten werden, was das ist, ja. Also. Ich bin ja hier beim Piraten-Kinderporno-Theater, ja. Das ist hier nicht raten-Kinder-Piraten, sondern Piraten. Und ich möchte nur sagen, ich lese heute in der Süddeutschen Zeitung, der Gewerkschaftsverurteilte wegen unerlaubten Kinderporno-Besitzes, Deutscher Gewerkschaftsbund-Funktionär Jörg Taus, Mitglied der SPD, also SPD-Kinderporno im Deutschen Bundestag, Jörg Taus, der dann in die Piratenpartei eingetreten ist, dann hat man die Piratenpartei zur Kinderporno-Partei getreten, der musste ja austreten, der Jörg Taus, er ist ein SPD-Mann. Der wollte jetzt wieder eintreten, die Piratenpartei hat den Wiedereintritt von Jörg Taus in die Piratenpartei abgelehnt, damit das nur mal gesagt wird. Also hier. Oh. So. Sex sells. Ich bin völlig überzeugt davon. dass hier immer noch was drin ist. Besonders wenn man was reingetan hat, ist was drin. Hier. So. Ich habe hier nämlich wunderbar ein Kindertheater im Koffer. Und jetzt würde ich sagen, ich hole das mal raus, damit das mal auch hier wirklich was mit Kinderporno wird. Das ist jetzt hier mein kleines, mobiles, Lichtgeschwindigkeit-Koffer-im-Koffer-Theater für das Berliner Manifest. Das ist mein Manifest für die Piratenpartei, für die IT-Revolution und die nicht mehr fahrungsbedingte Fortpflanzung der Menschheit. Wir wissen ja, Frauen können jetzt auch Kinder kriegen ohne Mann. Sondern der Staat muss draußen bleiben. Das ist mal hier ein Piratenstatement. Hier ist Dietmar, wie man sieht, hier, aus den beliebten Sex sells Piratenkinderporno-Sendungen. Und hier ist Simon. Und damit es jetzt auch richtig, Porno wird das nicht, aber damit man mal wirklich hier, so. Das Witzige ist, hier ist jetzt alles zu sehen. Das Witzige ist, dass hier der Pelz nicht unten ist, sondern oben. Die sind ganz schön schlau. Da guckt nur, sofern das zu sehen ist, guckt der Pelz raus. Der Rest von dem Igel hier ist unbepelst. Also jetzt, das ist jetzt hier mal ein Beitrag zum Kinderporno. Und ich habe auch noch ein Glöckchen. Das mache ich beim nächsten Mal. Gut, und dann will ich also kurz noch zum Sex sells Thema kommen. Frankfurter Allgemeine Zeitung arbeitet nach, was wir schon hatten, nämlich diese einstweilige Verfügung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Bundestag über EFSF Angelegenheiten bestimmen muss und nicht eine geheime Kommission. Darüber ist jetzt Eilantrag gestellt, einstweilige Verfügung über Nacht. Das heißt, diese Kommission, die ist gebildet, darf nicht tätig werden. Darüber gibt es dann aber eine Hauptverhandlung, die das dann entscheidet. Und die wird vor Weihnachten voraussichtlich sein, was für das Bundesverfassungsgericht sehr schnell ist. Aber die Regierung hat gesagt, die werden zu diesem Thema inzwischen schon ein neues Gesetz machen, das dann hoffentlich verpfassungsgemäß und so weiter. Also das ist ein bisschen ein überhöhtes Thema. Dann steht hier noch, der Sohn von Gaddafi verhandelt jetzt, weil er unschuldig ist. Das finde ich jetzt in Ordnung. Der hat das Recht, jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Dann Sarkozy ist Weihnachtswahrheiten. Frankfurter Allgemeine Zeitung, da ist ja in einem halben Jahr Wahl in Frankreich. Und Sarkozy hat also hier folgendes gesagt. Und Günther Nonnenmacher, der Mitherausgeber der FAZ, kommentiert das. Der hat nämlich folgendes gemacht. Der Sarkozy hat also ein unverhülltes Eingeständnis, dass ohne große Anstrengungen und ohne weitere Einschnitte die Schuldenwende in Frankreich nicht zu schaffen sei. Und damit scheint also Sarkozy eine etwaige Wiederwahl mit bitteren Wahrheiten zu bewerben wollen. Und das weiß man, dass das nicht funktioniert. Das haben schon andere Präsidenten in Amerika und so weiter nicht geschafft. Aber ich finde auch nicht, dass der Sarkozy eigentlich hätte mehr werden dürfen als ein Bürgermeister. Für einen Staatspräsidenten fehlt ihm wirklich das Format. Es fehlt ihm die Intelligenz. Man muss immer sehen, wenn der was tut, wie er sich dazu bewegt. Ja, der ist nicht ganz frei, der Knabe. Naja, das ist aber seine Sache. Und der Günther Nonnenmacher sagt auf jeden Fall für alle Skeptiker, hier Schlusssatz, ja, das wird mühsam, aber es ist der Mühe wert. Das finde ich auch. Das geht ja nicht um die Mühe von Sarkozy, sondern um die Mühe von Frankreich und den Franzosen. So, dann sind hier viele andere wichtige Sachen. Das Hauptthema in den Echtzeitmedien heute ist aber, dass China durchaus Geld hat, in diese Euro-Investition einzutreten. Man nennt es Investitionen. Es ist in Wirklichkeit Spielerei. Es ist Wucher. Aber die Chinesen sagen, sie wollen nicht nur Zinsen haben, sondern sie wollen auch politische Vorteile haben. Darüber wird jetzt verhandelt. Mit anderen Worten, der Preis für diesen Beschluss in Brüssel, den ich ja abgelehnt habe, der wird jetzt erstmal vorgerechnet. Und wie hoch der ist, wissen wir noch gar nicht. Insofern sind alle, die hier loben, sind voreilig natürlich, denn sie wissen noch den Preis gar nicht. Und sie wissen auch nicht, ob es gelingt. Aber das soll mal Ihnen ungenommen sein. Wir haben ja ein ganz gutes Gedächtnis, sodass wir dann wieder darauf zurückkommen. Ich habe hier noch etwas, was ich gerne sagen wollte. Themenwechsel, Frankfurter Allgemeine Zeitung hier. Tillmann Riemenschneider, der deutsche Holzbildhauer aus der Renaissance. Ein genialer Mann aus der Zeit von dem ebenfalls genialen Grünewald genannten Maler vom Isenheimer Altar. Riemenschneider. Und ich will da Folgendes dazu herstellen. Ich finde, es ist ein Skandal. Wenn ich nach, wie heißt es, bei Schwäbisch Hall, Kregling, in die Kirche gehe, wo ein unglaublicher Riemenschneider-Schnitzaltar steht, sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und sehe, wie da die Holzbrösel rausfallen von den Holzwürmern. Und die haben kein Geld, das Ding zu erhalten. Das ist ein einzigartiges Wunderwerk. Kregling, Riemenschneider-Altar. Dann sage ich den Leuten, die nach Berlin kommen, ja, was gibt es denn an Kultur? Dann sage ich immer, um Gottes Willen, ja, Müll auf der Kastanienallee, Müll in der Oranienburger Straße, Müll in der Volksbühne, ja, wenn ich hier nur die hilflosen Statements meines Jahrgangsgenossen Kastorf höre, der hat es wirklich nicht verdient, der soll in Rente gehen und zwar nach Mecklenburg. Das würde ich sagen, da ist er weg vom Schuss. Dieser ganze Müll. Und dann sage ich den Leuten, ja, in diesem sogenannten gusseisernen Teakholz-Velur-Museum-Bode, das ich sowieso nicht liebe, ja, da gibt es jetzt zusammengeschaukelt eine ständige Ausstellung von sehr, sehr guten Riemenschneider-Einzelfiguren, also nicht eingebaute Altäre oder so, sondern Figurenholz. Wenn man da hingehen will, sind die Dinger nicht da. Jetzt lese ich hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Bildhauer, Vorläufer von Tilman Riemenschneider und so weiter, stellt was in den Schatten, grandiose Werkschau. Ich war kürzlich beim Bode-Museum, da haben sie mir gesagt, ja, die Riemenschneider-Figuren sind leider nicht da, die sind auf Wanderausstellung. Dann wollte ich die Ausstellung sehen, Gesichter der Renaissance, also die ebenfalls auf Wanderausstellung befindlichen Bilder, die ich in Italien nicht sehen konnte, in Berlin. Da ist es wiederum so, dass die Ausstellung überfüllt ist und die Organisation für das Publikum ist wirklich Verarschung. Man kann vorher nicht wissen, ob man eine Karte kriegt, wenn man hinkommt, kriegt man keine. Man kann dann aber auch keine kaufen für das nächste Mal oder so, sondern so. Zwei Tage später, nach einem anderen Ort, hat man mir gesagt, ja, man kriegt sowieso keine Karten mehr, die Ausstellung ist schon völlig ausverkauft und so weiter. Also so viel hier, Riemenschneider, Holzbildhauer, fahren Sie nach Kreklingen, gucken Sie sich, das ist ein Wunderwerk. Ja, da braucht man kein Alkohol und keine Drogen, wenn man sich das zwei Stunden angeguckt hat. Es ist traumhaft. So, die Süddeutsche Zeitung heute werde ich nicht ganz durchnehmen, sie ist heute wunderbar. Die habe ich gestern in Bausch und Bogen verdammt, aber hier muss ich sagen, ich finde das auch interessant, Karlsruhe, Missbillig, Gesetz zur Euro-Rettung, das ist wieder dieses Bundestagsgremium, was ich gerade eben schon sagte. Hier wird nämlich jetzt berichtet, das habe ich in den Echtzeitnachrichten noch nirgends gehört, Gelbinstitut verrechnet sich um 86 Milliarden Euro, da geht es um die HRE, also diese Bad Bank Immobilienbetrügerei, gibt Bilanzierungsfehler zu, Schuldenlast Deutschland sinkt dadurch deutlich, um 56 Milliarden, da kommt es auf 10 Milliarden, Milliarden. Das ist eine Zahl, die die meisten Deutschen gar nicht schreiben können, obwohl die kann man im Grunde durch Abzählen der Nullen ja noch hinkriegen, die meisten können das nicht. Wie viele Nullen hat eine Milliarde? Ja, ist doch gut, ist auch egal. Also die SZ, Süddeutsche Zeitung, kommt aus IPAD, da hat sich ja vorsorglich im Internet die Sächsische Zeitung aus Dresden, die SED-Bezirksorganen, Sächsische Zeitung, hat sich das SZ im Internet reserviert, sodass die Süddeutsche Zeitung nicht SZ heißt, das ist die SZ, ist die Süddeutsche Zeitung aus München und nicht die blöde Sächsische Zeitung und jetzt muss man also für die Süddeutsche Zeitung im Internet immer SUEDdeutsche.de schreiben. Kapitel 1, hier haben sie es abgebildet, die Zeitung wird also demnächst, auch Moment, das war auch hier ganz anders, hier, so groß, das gönne ich denen, dass das Ding dann so groß ist, dann wird es keiner als Tablett dann benutzen tatsächlich, aber keiner wird es sich anschaffen, wer kann so ein großes Ding tragen. Also hier sind sie alle drin, frische Brötchen für die Demokratie und so weiter und auch das Föhetum der Süddeutschen Zeitung ist heute mit sehr vielen interessanten Sachen, zum Beispiel der größte Irrtum der Popmusik ist, dass es ständig etwas Neues geben könnte, das gab es noch nie und das ist auch richtig so, schreibt hier Karl Bruchmeier, das ist der Edo Rehns von der Süddeutschen Zeitung, der sich mit Popmusik seit 30 Jahren hervorragend auskennt und so weiter. Gut, ich schließe es ab, damit das mal klar wird, Sex sells, in jedem Falle über die Tags, also die Suchworte und das werden wir jetzt hier sehen, da steht es ja, Sex sells, hier ist das Kinderpornotheater und da ist es echt cool, ey, in der Kinder, Finder. Ja. Ich habe hier Blumen hingestellt, die man gar nicht sehen konnte, das tut mir aber leid. So, also.